Jo Leute, herzlich willkommen zu der zehnten Besprechung von The Walking Dead Staffel 7. Die Folge hieß Neue Beste Freunde oder New Best Friends im Originalen. Mit am Start ist wieder der Robin. Guten Abend. Und ja, wir haben uns jetzt an diesem wunderschönen Dienstagabend mal hingesetzt und wollen diese Folge besprechen mal ganz kurz vorab. Das hatten wir letztes Mal gar nicht gesagt, wie wir die Folge so im Vorab-Fazit schon mal fanden. Ich muss sagen, ich fand sie nicht schlecht, aber sie hat im Gegensatz zur neunten Episode, also zum Mit-Season-Auftakt, fand ich sie wieder etwas schwächer. Und wie fandest du die Folge so? Ja, ich fand, also da gibt es ein paar Aspekte, die ganz spannend waren, aber die hat noch nicht wirklich so die Geschichte für B-Teil der Staffel 7 losgetreten. Also man hat schon so ein bisschen gesehen, da geht es jetzt los. Aber ich habe ja schon ein bisschen mehr erwartet, dass Kingdom schon in dieser Folge überzeugt wird, mitzukämpfen. Ja, das hätte ich eigentlich auch gedacht, aber die lassen sich verzahlt. Also ich fand sie mittelmäßig. Okay, also so wie ich. Ja, also die Episode begann ja mit der Szene im Kingdom, beziehungsweise mit Kingdom Leuten. Morgen war auch wieder am Start, Richard natürlich. Und sie haben wieder eine Übergabe von Lebensmitteln an die Saviors gemacht. Und ja, man hat direkt gesehen, dass dieser Saviour-Anführer, also dieser sogenannte Squadleader, nenne ich ihn jetzt mal, von dieser Gruppe, der war halt direkt so nach dem Motto, ja, da ist zu wenig, der hat das direkt gesehen. Und ja, aber es war gar nicht zu wenig, denn er sollte dann genauer hingucken. Und ich glaube, das hat den schon so ein bisschen genervt, dass er jetzt selber noch kontrollieren muss, dass da alles stimmt. Auf jeden Fall, also das habe ich mir auch gedacht, als ich die Folge geguckt habe. Und ja, der Brennpunkt in dieser Szene, beziehungsweise der, ja, der Trigger in dieser Szene war mal wieder Richard, beziehungsweise dieser andere Hurensohn an Saviour, den ich überhaupt nicht leiden kann. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Struppelkopf. Nee, keine Ahnung, wie der heißt. Weißt du auch nicht, oder? Nö. Auf jeden Fall meint er wieder, Richard triggern zu müssen. Und ich muss sagen, Richard finde ich immer noch cool. Also habe ich ja auch schon mal in einer Besprechung gesagt, der ist mir mega sympathisch. Und ja, wie gesagt, die beiden haben sich wieder so in die Haare bekommen. Und Richard musste seine Waffe im Endeffekt abgeben morgen. Und Benjamin haben kurz eingegriffen und den komischen Spacko da mit dem Stock versurrt, was ich einfach nur eine Genugtuung angesehen habe. Also das war richtig geil, den da mal so auf dem Boden zu sehen. Also ohne Scheiß, das fand ich schon cool. Und ja, und da war noch das andere Mädel, das mit dem Bogen. Und zwar hat die dann einen Beißer, ja, mit ihrem Bogen abgeschossen. Und hat dann noch Ansprache auf das Kleid genommen, von wegen, dass, ich glaube, ihre Schwester war das ja, oder? Dass sie auch so ein Kleid hatte. Genau. Exakt. Ja, möchtest du noch was zu der Szene hier sagen? Oder irgendwas, das dir vielleicht noch aufgefallen ist? Ich dachte eigentlich, in der Szene eskaliert es wieder. Oder eskaliert es endlich mal zwischen den Serviers und den Kingdom. Aber, ähm, ja, es ist ja so ein bisschen eskaliert mit morgen. Ja, genau. Ich wollte aber auch noch sagen, dass ich eigentlich gedacht hätte, dass Daryl da vielleicht auftaucht. Aber, weil man hat ja in diesem kleinen Sneak Peek so ein Szene gesehen, wo Daryl halt die Armbrust rausgeholt hat. Und da dachte ich so, oh, die bekommen jetzt bestimmt auf den Sack. Aber mir ist da erst im Nachhinein wieder eingefallen, die machen ja diese Treffen nicht beim Kingdom, also nicht direkt vor dem Tor, sondern an einem, ja, abgesprochenen Punkt irgendwo in der Pampa, da in, äh, ich glaube, da ist ja Atlanta da. Oder was auch immer. Obwohl, ne, da ist es nicht, wo ist das Atlanta? Ist das echt Atlanta? Washington, genau. Ist ja Washington. Ich wollte schon sagen, Atlanta ist ja eher im Zentrum von den USA. Okay. Ähm. Atlanta ist an der Ostküste. Okay. Washington aber auch, oder nicht? Ja, Washington auch. Okay, ja, auf jeden Fall Washington ist mehr im Norden, das kann man sagen. Ja, ähm, dann in der nächsten, ja, spannenden Szene, über die man reden kann, äh, das ist die, wo Richard auf Daryl trifft. Und Daryl bekommt endlich mal wieder eine Armbrust, nicht seine, sondern einfach mal eine Armbrust wieder. Das fand ich halt auch so cool, endlich kriegt er mal wieder eine Waffe in die Hand gedrückt. Und, ja, Richard, äh, braucht ihn für einen Plan, der dann im, äh, ja, Verlauf dieser Episode sogar noch zur Geltung kommt. Und ich dachte erst, okay, das wird jetzt wieder sowas lang, äh, ja, sowas, sowas, was sich halt in die Länge zieht. Aber das kommt direkt noch in dieser Episode dran, was sein Ziel war. Er wollte ja, wie gesagt, ein paar Saviars abknallen. Und er brauchte dafür halt Daryl, weil, äh, er sich sicher ist, dass er halt mit ihm das Ganze da macht. Ja, wie gesagt, ähm, er hat ihn auch zu seinem kleinen Versteck geführt. Oder war das das Versteck von ihm? Irgendwo so ein abgelegener Punkt, wo er Benzin und so hatte. Ja, das war ein Waffenversteck von, ich weiß nicht, ob das vom Kingdom war oder von ihm, aber, äh, ja. Auf jeden Fall hat er da Waffen gebunkert und so weiter und so fort. Ja, dann in der nächsten Szene haben wir endlich mal eine neue Location, nicht mehr das Kingdom und so, sondern wieder mal Rick und... In der Szene wollte ich doch was sagen. Achso, Entschuldigung. Ja, bitte. Es kam jetzt so eine Schlägerei zwischen, ähm, Daryl und... Das kommt doch erst nachher noch, das kommt doch erst nachher noch. Also nach hinter der Szene. Echt? Ähm... Glaube ich, war das, ja. Also es kommt erst noch die eine Szene mit Rick und, ähm, äh, wie hieß die nochmal? Ja, dann machen wir weiter. Mach weiter. Jade oder so, irgendwas mit J, ähm... Ja, Jade. Nennen wir sie Jade. Sie hieß noch ein bisschen anders, aber wie nennen sie jetzt Jade? Wie kam mir eigentlich der Name missfallen? Egal, noch ein, zwei Folgen und der Name sitzt bei mir auch. Ist immer schwer, wir haben die Folge halt nur einmal geguckt, aber ihr wisst ja, wer gemeint ist. Die Anführerin dieser Schrottplatz-Crew, ähm, ja, auf jeden Fall hat die, ähm, ja, wollte Rick erstmal testen. Also sie hat erstmal gedacht, ja, eure Leben gehören jetzt uns und wollte sie zurückkaufen. Das kennt man ja schon von anderen, äh, Gruppen. Ich sag mal so die Saviors, dass, äh, die haben auch schon so eine Ansprache in etwa gehalten. Und Rick hat schon gesagt, nee, ihr könnt unsere Leben mit haben, die gehören eh schon den Saviors und eure bald auch. Die wollten das Ganze nicht glauben. Ähm, vielleicht noch was zu dieser Gruppe. Das sind halt so Schrott, äh, Sammler, sag ich mal. So, das sind Leute, die waren halt ziemlich aktiv und oft draußen, haben Sachen gesammelt, auf diesen Schrottplatz so gebracht, alles Mögliche an Zeug wirklich angesammelt, von Waschmaschinen, über Bratfern, über Sofa, über, äh, Sofas, über, keine Ahnung, was die da alles hatten. Die hatten da ja auch Tastaturen und Fernseher, glaube ich, rumstehen. Also, die hatten wirklich alles. Und ja, die haben auch schon gesagt, dass sie die Vorräte bald ausgeben, weil sie schon abgelaufene Konserven und so essen. Und Waffen haben sie überhaupt nicht, hat man ja auch gesehen. Die hatten ja nur so Abflussrohre, Äxte, beide, keine Ahnung, was, alles, äh, da. Also, war auch nicht so geil. Natürlich hatten sie drei, vier Schusswaffen, aber, äh, das ist jetzt eh immer nicht so der Rede wert. Ähm, ja, auf jeden Fall hat dann die liebe Jade Rick einfach mal getestet. Und, äh, ja, sie hat ihnen so einen Müllhaufen runtergeschubst und da war genau das, was wir auch spekuliert hatten in der Preview. Und zwar eine kleine Art Arena-Kampf, äh, zwischen Rick und einem Zombie. Und, äh, der Zombie, der war, fand ich, ziemlich krass. Oder, äh... Ja, der war eigentlich gut gepanzert. Sowas kann man auch gut im Kampf gegen etwaige Gruppen einsetzen. Ich wollte gerade sagen, das Ding war ein halber Juggernaut. Also, ich meine, die einzige Möglichkeit, den zu töten, war ja, wie Rick das auch gemacht hat, den einfach den Kopf abzusäbeln. Ja, also, einfach auf den Boden, irgendwie auf den Boden zerren, weil, das fand ich halt auch richtig cool von dieser Gruppe, dass sie diesen Zombie für sowas halt präpariert haben und den da halt haben. Der hat ja wirklich Stahlkopf, dass du den nicht in den Kopf schießen oder stechen kannst. Der hat ja nur den Hals frei und hat so ein bisschen vom Mund, damit der halt noch beißen kann. Überall hat er diese fetten Spikes, wirklich überall. Und das ist halt richtig effektiv. Man hat ja auch gesehen, dass Rick wirklich, dieser eine Stachel, der ist ja dem durch die Hand gegangen und auch Knie und so aufgeschürft. Also, ich fand, ich war sehr beeindruckt von diesem Zombie, wie viel Schaden der doch anrichten kann. Dass es doch gar nicht so einfach ist, den ohne Waffen und sonst was. Also, ich muss, man muss natürlich dazu sagen, Rick hatte ja überhaupt keine Waffe, da, wo der darunter geschubst wurde. Natürlich wäre das jetzt anders, wenn man eine Pistole oder so hat. Aber alleine dieses Stahl ist das ja schon ein bisschen mehr gepanzert als sonst was. Ja, möchtest du noch was ergänzen? Nee, ich fand's nur ein bisschen auch krass, dass Rick einfach so, ja, seine Hand durch das Ding gestochen hat und ihm das nicht gejuckt hat. Aber ja. Genau. Was kam dann auch für eine Szene? Ja, wir haben noch ganz vergessen, nee, warte, nee, doch, das haben wir ganz vergessen zu sagen. Gabriel hat nochmal Stress gemacht und hat sich nochmal, könnte man sagen, etwas beliebter bei der Walking Dead Szene gemacht. Er hat sich dafür eingesetzt halt, dass die Gruppe freikommt und er hat halt, ja, ich will jetzt nicht Ansprache sagen, aber es ist ja schon sowas kleines gewesen. Er hat gesagt, lasst die Gruppe frei und so, also lasst uns frei. Also er hat schon mal gezeigt, dass er auf jeden Fall doch noch ein, ja, ein richtiges Mitglied der Gruppe ist. Und man hat jetzt auch endlich erfahren, wie das Ganze da ablief, nämlich so ähnlich, wie wir das auch besprochen hatten. Also Gabriel wurde in dieser Vorratskammer von dieser einen Frau überfallen, also niedergerissen und musste dann die ganzen Vorräte einpacken. Also wurde dann gezwungen, hat halt eine Kurzablenkungsszene genutzt, um dann halt in das Buch zu schreiben, Brot. Und ja, in dem Auto, wie gesagt, kam dann diese Frau von hinten, von der Rückbank hoch und hat ihn halt weiterhin bedroht, dass er da und da hinfahren soll. Also, dass das jetzt aufgeklärt wurde, fand ich auch cool, denn jetzt hat man das wenigstens abgeschlossen und jetzt spekuliert man nicht weiter. Was ist da jetzt wirklich passiert? Also, ich denke mal, du weißt, was ich meine. Ja, gut, wie gesagt, jetzt können wir zu der Szene kommen, ach nee, warte, noch kurz den Deal. Und zwar Rick und Jade, so wie sie, so wie sie, so wie wir, nee, so wie wir die jetzt nennen. Ja, ja, die Frau halt, ne. Die Anführerin, mit der hat Rick jetzt ein Bündnis geschlossen. Die geben Konserven und Waffen ab und ich glaube ein Drittel von der Beute, die die allgemein am Ende bekommen oder so, ne. Oder war das, oder haben die über die Beute geredet, die die da mitgenommen haben? Ich weiß es gar nicht mehr. Ein Drittel, was die von den Saviors bekommen, also wenn die gewonnen haben halt und das, was die auf dem Boot hatten, kriegen die wieder. Das war, glaube ich, der Deal. Ja, okay, ja, jetzt kannst du von mir erst mal noch kurz über diese Prügelszene zwischen Richard und Daryl reden. Achso. Wolltest du ja auch was sagen. Ja, und zwar wollte Richard das ja machen, um das Kingdom halt dazu zu verleiten, gegen die Saviors zu kämpfen. Weil der hat ja so einen Plan gemacht, ich weiß nicht mehr genau wie, aber der hat irgendwie eine Spur zum Waffenlager und von da aus, na, zu Carols Haus gelegt und das hat Daryl halt nicht gefallen. Genau. Und der hat, ja, das getan, was nötig war. Naja gut, ob das jetzt wirklich so nötig war, aber... Also er hat ja Richard auch gerettet, weil er wollte ja gerade die Saviors abballern und alleine hätte das ja knicken können. Also er wollte so suizidmäßig als Märtyrer draufgehen für das Kingdom, wovon er auch immer geredet hat. Daryl hat ihn ja letzten Endes nur beschützt und gerettet. Und ja, es gab ein Wiedersehen zwischen Daryl und Carol, was ich sehr, ja, emotional fand. Also es war richtig cool und ich fand, man hat jetzt auch wieder gemerkt, dass Carol wieder die Alte wird. Weil das, was ihr wirklich gefehlt hat, war Daryl, muss man einfach sagen, weil durch das Ganze mit die Saviors haben ihn, ja, hier mitgenommen und so als Gefangenen und so weiter und so fort. Und so lange ist das alles her und, wie gesagt, das hat Carol sehr mitgenommen. Und ich denke, durch dieses Wiedersehen mit Daryl ist auf jeden Fall jetzt wieder ein Stein gelegt worden, dass, ja, Carol wieder die Alte wird. So kann man das ja auch wirklich nennen. Und auch gegen die Saviors mithilft, kämpft. Allerdings hat, muss man dazu sagen, Daryl ihr auch noch verschwiegen, wie viele draufgegangen sind. Das sind ja jetzt echt viele. Nicht nur verschwiegen, sondern angelogen. Angelogen, genau. Dass die den Kampf schon gewonnen haben. Und ich werde jetzt schon mal hervorrufen, dass Daryl das noch sehr zu spüren bekommt, beziehungsweise, dass es noch ein Rückspiel geben wird. Jetzt nicht, dass Carol richtig sauer ist und ihn jetzt umbringen will. Nein, auf keinen Fall. Eher so, dass Carol halt richtig entsetzt ist und böse halt zu Daryl ist, sagen wir einfach mal so. Also Carol wird das ja auf jeden Fall rausbekommen, spätestens, wenn sie Rick und so wieder sieht. Und dann weiß man, oh, was ist mit Glenn und Abraham und Spencer und hier die andere Olivia, genau. Ja, wie gesagt. Das Ganze wird Carol auf jeden Fall noch rausbekommen. Und ich bin mal gespannt, wie sie dann mit Daryl verfährt. Ja, wie gesagt. Und dann fand ich jetzt gegen Ende hin, gab es ja auch noch eine coole Szene. Und zwar die Szene zwischen Daryl, Shiva und Morgan. Morgen, weil Daryl war bei Shiva, bei dem Käfig und man hat schon gemerkt, ja, Shiva mag Daryl auf jeden Fall. Also Daryl ist ihr willkommen. Und da kam Morgan halt noch rein und Daryl hat zu morgen nochmal gesagt, er müsste das ans Laufen kriegen. Er muss dieses Bündnis zwischen diesem, ja, zwischen dem Kingdom und Hilltop und Alexandria jetzt schließen. Weil er ist derjenige, der das letzten Endes, der Ezekiel so beeinflussen kann, dass sie es machen. Obwohl ich auch ehrlich gesagt denke, dass Carol vielleicht auch noch da mit einspielt und Ezekiel überzeugt. Aber das warten wir mal noch ab. Also bis jetzt ist es morgen auf jeden Fall, der die Entscheidung letzten Endes fällt und Ezekiel halt überzeugen kann. Er hat das Zeug dazu. Ich denke mal Carol auch, weil Ezekiel mag ja auch Carol schon. Aber wie gesagt, der immer morgen wird das schon machen. Und was ich auch noch sagen wollte ist, Terra und, genau, die Szene mit Terra und Rick. Und zwar hat Rick ja noch zu Terra gesagt von wegen, du kannst ja schon mal sagen, wo wir nicht hinfahren müssen, um nach Waffen zu suchen. Und ich glaube, Terra wird diese Oceanside-Gemeinde, sie wird das ausspucken, dass die ja so viele Waffen haben. Ja, das muss man sich halt immer wieder vor Augen greifen. Die haben ja nicht das Set aufgebaut, damit man da eine Folge abdreht. Wie gesagt, also diese Oceanside-Gemeinde, die haben ja wirklich ungemein viele Waffen. Das hat man ja auch ohne Frage sehen können. Und die wird auf jeden Fall zurückkommen. Da bin ich mir jetzt auch schon zu 99 Prozent sicher. Also sehr, sehr sicher, dass wir auf jeden Fall die Oceanside-Gemeinde auch wiedersehen, dass die ihre Waffen teilen mit dem Kingdom, Alexandria, Hilltop und halt dieser Schrottplatz-Crew. Nur jetzt ist halt die Frage, geben die auch Waffen ab? Denn das ist jetzt die andere Frage. Aber genug Waffen für den Krieg hätten sie auf jeden Fall, wenn sie sich mit dieser Oceanside-Gemeinde verbünden. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf die nächsten Folgen und Episoden, wenn die Oceanside-Gemeinde wieder mitspielen kann. Genau, möchtest du noch was sagen zu dieser Episode? Ansonsten wäre ich fertig. Man sieht am Ende nur noch, wie Daryl auch das Kingdom verlässt, um nach Hilltop zu gehen. Hoffentlich wird er nicht von Saviars geschnappt. Also mehr wollte ich jetzt auch zu der Episode gar nicht sagen. Wie gesagt, von mir ist es roundabout. Wenn man das jetzt mit True Noten benoten würde, würde ich der folgende 3 Plus geben. Ich fand sie, wie gesagt, nicht schlecht. Es war keine Action drin, aber wie gesagt, was die Handlung halt vorantreibt. Und das, denke ich mal, wirst du auf jeden Fall auch noch sagen, dass es auf jeden Fall wieder storytechnisch uns weitergebracht hat. Auch gerade mit dieser Schrottplatz-Crew und so. Ja, also ich wollte eigentlich nichts mehr zu der Folge sagen. Nur, wie du schon gesagt hast, die Folge hat jetzt inhaltlich einen etwas größeren Sprung gelegt. Aber der wirkliche Kick, oder wie sagt man das, der wirkliche Punkt, wo es wirklich losgeht, den erwarten wir wahrscheinlich dann in, ich würde sagen, keine Ahnung, was schätzt du, drei Wochen, vier, drei, zwei. Ich glaube auch. Also ich denke mal, es wird, also dieser fette Punkt, wo auch die Action jetzt richtig aufgebaut wird, wird dann, denke ich mal, so Folge 14, 15, 16 sein. Also da geht es dann richtig ab. Aber jetzt, wie gesagt, Folge 11 und 12 und 13 eher noch ein bisschen ruhiger. Obwohl, ich denke, dass in dieser Staffel schon der Krieg losgeht. Und wie du schon gesagt hast, dass vielleicht die Außenposten angegriffen werden. Womit ich dann sagen würde, dass ungefähr bei Folge 13 oder so angefangen wird, halt rumzubauen. Diese Außenposten zu übernehmen und so, oder was? Kann sein, ja. Ich weiß nicht genau, wie das aussieht. Die haben dann auch wirklich überhaupt keine Planung gemacht. Genau, die Planung, die kommt auch noch. Und alles wirklich, in den Comics haben die auch mega Planen da gemacht und haben halt auch alles gut durchgesprochen. Also, alles was von dazu aus sagen, die Außenposten haben die in den Comics auch nicht angegriffen. Sondern die sind halt direkt zum Sanctuary gefahren. Straight, äh, straight geradeaus Richtung Sanctuary. Also bis jetzt wurde auch nur ein einziges Mal gesagt, dass die Außenposten angegriffen werden sollen. Also ich weiß auch gar nicht, wieso die das machen sollten, wenn die auch... Also, ja, also die greifen ja die Außenposten an, damit das Sanctuary keine Verstärkung rufen kann. Damit halt die schon dezimiert werden, halt an den Außenposten. Ich weiß nicht, wie viele das Sanctuary jetzt hat an Außenposten. Ich denke mal, drei oder vier Stück, diese Satellitenanlage da, das war ja jetzt nur ein Außenposten. Man weiß ja jetzt auch nicht, ob der schon wieder besetzt wurde. Das ist mal wieder die andere Frage. Rein logisch gesehen hätte er nämlich wieder besetzt sein müssen. Und dann halt noch, ja, zwei, drei andere, nehme ich mal an. Aber ich denke mal auch nicht, dass man wirklich in den nächsten Folgen sieht, wie drei Außenposten überfallen werden. Das wäre ja auch auf die Dauer total langweilig. Ich denke mal, die werden ein oder höchstens zwei zeigen, wenn überhaupt. Naja, ähm, ich hätte da eine Vermutung, wenn wir gerade schon dabei sind, um das Video brutal zu überziehen. Ähm, vielleicht kannst du dich auch aus Breaking Bad... Warte, wie viel bist du jetzt? Du bist schon mit der fünften Staffel fertig, oder? Ja, ja. Du bist mit der fünften Staffel fertig? Ja. Echt? Ja. Auf jeden Fall, ähm, vielleicht könnt ihr euch, oder vielleicht kannst du dich auch an die Szene erinnern, wo Walter White, ähm, die Leute im Gefängnis umnieten lässt. Mhm. Ähm, dass dann alles so schnell geht. Und ich denke mal, damit die, also wenn wir das jetzt so Walking Dead projizieren, ähm, vielleicht könnten die das auch so machen, dass die, jeder einzelne Gruppe, also Kingdom, Alexandria, Schroppplatzcrew, Eventual Oceanside und, äh, Hilltop habe ich vergessen, oder? Ja. Ähm, dass diese Gruppen halt alle gleichzeitig Außenposten angreifen, jeder einen Einzelnen, damit die keine Versteckung untereinander rufen können. Weißt du, was ich meine? Dass es so auf jeden Fall sein könnte. Ja, das wäre, das wäre, das wäre cool, aber es kommt ja immer auf die Mannstärke an, weil die wollen ja mit vielen Männern auftreten und die gehen ja nicht zu einem Außenposten, wo zehn Saviars sind und wo dann zehn Leute vom Kingdom und so hingehen. Das wäre einfach nur dumm, wenn die da im normalen Verhältnis gegeneinander kämpfen. Ich meine, man kämpft ja meistens immer mit Überzeige gegeneinander, damit man halt wirklich überlegen ist. Deswegen ist halt die Frage, ob die halt gesammelt kämpfen oder halt separat. Das ist dann jetzt, wie gesagt, noch ausstehend. Ähm, das wird sich aber, denke ich mal, auch in den nächsten Episoden klären. Achso, und by the way, das war jetzt ein Spoiler für Breaking Bad, aber den haben wir angekündigt. Von daher, ähm, ja, wir haben ja leider letztens... Ja, eben, aber wir mussten jetzt letztens auch nochmal, äh, ja, jemanden zügeln, der mit Spoilern um sich geworfen hat. Ähm, das ist wieder was anderes. Wieder kommt dazu mal ein extra Video, wenn wir Zeit und Lust haben. Wie gesagt, 20 Minuten für dieses Video, schicken auf jeden Fall. Wie gesagt, Folge war ganz solide und wir freuen uns auf die nächste Episode. Die Preview kommt natürlich wieder in der nächsten, äh, innerhalb der nächsten 48 Stunden. Bis dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, letztes Wort geht dann, Robin. Ähm, hör auf für den letzten Wortmann, das bringt mich voll aus der Fassung. Auf jeden Fall, danke fürs Zugucken und, äh, ja, bis zur Preview. Tschüss.